Geh deine Reise an und fang an, nach vorne zu schauen. Die Vergangenheit gehört dir nicht mehr. Sei auf jeden Fortschritt stolz, den du machst. Im Leben bekommst du nur das, was du verdienst. Wenn du dein Bestes gegeben hast, kannst du stolz auf dich sein. Wenn es für dich wichtig ist, wirst du deinen Weg finden. Wenn nicht, wirst du deine Ausrede finden. Du wirst deine Träume nur erreichen, wenn du ihnen hinterher gehst. Am Anfang sieht fast alles unmöglich aus, bis man es erreicht. Das Leben wird nie einfach, aber du bist stärker. Warte nicht auf die perfekte Gelegenheit. Erschaffe die perfekte Gelegenheit. Gelegenheit.